Mein Name ist Gawin Gurbert. Ich bin Fachinformatiker und befasse mich seit vielen Jahren intensiv mit der Entwicklung von Computerspielen. Das Werkzeug meiner Wahl ist dabei natürlich Unity. Denn Unity ist besonders zugänglich und hat sich gerade in der Version 5 zu einer leistungsfähigen Software entwickelt. Ich freue mich darauf, Ihnen Unity 5 in den nächsten Stunden im Praxiseinsatz zu zeigen. Spannende Spielprojekte warten auf Sie. Schritt für Schritt zeige ich Ihnen, wie Sie Unity richtig bedienen und wie Sie die zahlreichen Werkzeuge und Funktionen sinnvoll einsetzen. Sie lernen, wie Sie Assets verwenden und Skripte für Ihre Spielfiguren schreiben. Keine Sorge, Sie brauchen keine besonderen Programmierkenntnisse. Sie können bei meinen Workshops sofort mitmachen. Alles, was Sie für den Start benötigen, finden Sie in diesem Training. Außerdem erfahren Sie, was Sie bei der Spieleentwicklung generell beachten sollten und wie Sie Ihre Spiele richtig planen. Und dann geht es richtig los. Gemeinsam mit mir entwickeln Sie drei voll funktionsfähige Spiele, die Sie nach belieben ausbauen können. Vom Point-and-Click-Adventure bis zum Jump'n'Run mit 3D-Elementen. Sie lernen dabei, wie Sie die Steuerung programmieren, Grafiken und Animationen verwenden und Soundeffekte einfügen. Außerdem zeige ich Ihnen, wie Sie Fehler beheben, die Performance des Spiels optimieren und das Spiel veröffentlichen. Freuen Sie sich darauf, die spannende Welt der Spieleentwicklung zu entdecken. Los geht's!